Das ist hier Vosshöhle, also Fuchshöhle heißt das hier, als Bulldog-Fan hier in Vosshöhle. Bulltimer fliegt es hier, auch wieder zu verkaufen, hier gibt es noch was, ja da können vielleicht die Leute aus Papua, Neugendia hier, wenn man herkommt, ein Haus kaufen, wäre vielleicht immer ganz gut, der kommt hier wieder Leben rein, denn das ist hier ziemlich ausgestorben hier in Vosshöhlen. Ziemlich Todesfelde, naja, riesen Halter, gigantisch. Ja, Vosshöhlen, das war es jetzt. Das muss hier irgendwie Todesfelde sein, da hat sich kein Mensch, weil er ausgestorben ist. Ja, das ist wirklich fast. Ja, eigentlich kann man noch Vosshöhlen. Ja, Vosshöhlen, riesen groß, okay, gehört auch nicht Vosshöhlen. Ja.